Ja, lieben Bundesbrüder, das was ich da in der Hand habe, das hat mir gerade der Robert überreicht. Das ist ihm zugeflogen, anonym, übers neue Gymnasium. Es handelt sich um ein Kneippbuch der Weisen ab Solvier-Nürnberg und es geht an am 6. Juli 1912 und es endet, wenn wir einmal die letzte Seiten finden da hinten, am 11. Juli 1914. Das ist eins der fehlenden Kneippbücher, eins der ersten, das wievielte ist eigentlich, das zweite dann wahrscheinlich, oder das zwischendrin. 1A. 1A sozusagen. Also das erste Kneippbuch geht vorher los und schließt anschließend noch einmal an. So wird es wahrscheinlich sein. Und da hinten ist der Salamander, ein geblendet ad exercitium salamandri. 1A. 2A. 3A. Musik 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 Musik